Macht Schokolade glücklich? Schokolade! Ja, Schokolade macht glücklich, weil sie den Serotonin-Spiegel hebt. Und wenn Sie eine Schokolade in den Mund nehmen, dann kleidet das den ganzen Mund aus. Dann verschwindet nicht sofort, wie wenn ich zum Beispiel ein Würstel esse oder so. Und wenn es dann unten ist, hat man schon wieder das Gefühl, ich brauche was. Weil die ganzen Knospen, die sind umhüllt von Schokolade-Filmen. Ich bin ein Schokoholik, wenn man das so bezeichnen kann. Schon als Kind habe ich mein ganzes Taschengeld in Schokolade umgesetzt. Was macht Ihre Schokolade besonders? Also wir verwenden ausschließlich Bio-Schokoladen, sowohl bitter, weiß als auch Milch. Die Bohne kommt aus Peru und das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass das eine gewisse gleichbleibende Qualität hat. Diese Schokolade, die ist Bio, aber wir sind also eher im oberen Segment angesiedelt. Die Leute schätzen das und das freut uns natürlich.